Gefährliche Anomalie registriert. Karantäne wurde aktiviert. Oh, hi. Oh, ich hab keinen Stase mehr. Well, shit. Dann brauch ich das zuenden. Na, komm her. Oh, okay. Das hat von nichts gebracht. Bin fort mit dir. Dann halt hier hat Geschütze auf, ne? Weg mit dem Arm und tot ist er. Ist hier noch irgendwas? Ah, okay. Füllchen zu knistern, genau. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Der wollte uns doch noch so schöne Sachen zeigen. Ich glaub, das brauchen wir. Nur so ne Vermutung. Uh. Können wir wieder jemanden fehlen? Was mit Anna? Natürlich. Aber wo muss die... Wo muss die Batterie hin? Ist noch irgendwas dran? Glaub man nicht. So, mein Freund. Aber jetzt hörst du auf zu leiden. Das gefällt dem Libertar nicht so. Ich glaub, das sollte ich mal lassen. Die Musik immer dazu. Die passt halt so gut, aber... So ganz schön assi. Oh, Musik ist allgemein geil. Ja, ach so. Kleine Mistviecher wieder. Ich hör da doch noch wieder was. Ach, hier wieder hoch. Oh, okay. Hätten wir das erledigt. Rick haben wir. Augen genau mussten wir jetzt hier runter. Hä? Hä? Ich brauche ja 6. Wo ist denn der jetzt? Ja, das gibt nur 5. Ah, da brauchen wir die... ...die... 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 Aber der hat mir... Hat er mich nicht gerade nach oben geschickt? Der Scanner. Ach komm. Äh. Was bist du denn hier? Ich geh fort mit dir. Bitte, lass mich. No, don't do it. I'm a virgin. Oh. Traut sich noch irgendwer von euch? Cool, wo kriege ich denn die Karte her? Muss ja hier irgendwo sein. Irgendwo hier, wo die Viecher... ...kreuchen und fleuchen. Sitzling Ost A. Hier drinnen haben wir den Übeltäter gefangen. Keine Karte vorhanden. Interessant. Setzen Reise fort. Sitzling Ost B. Verschlossen. Belastend. Gibt's doch gerade schon wieder... ...rum blubbern hören. Ah, hier geht's in Ost B rein. Ah, okay. Gibt's da irgendwie... ...was abgeschossen? Ich glaub ich brauch die explosiven Sachen von vorne, oder? Also von hier draußen. Wir haben doch noch Zeit. Die Ishimura kracht ja nicht mehr auf den Planeten runter, von dem her... Wollen wir uns ja auch mal ein bisschen Zeit gönnen. Hat ja nicht jeder so schönen Urlaub, ne? Nebenbei mal ne ganze Alienrasse auslöschen. Wer ist eigentlich... Wer sind jetzt eigentlich die Bösen hier? Hat nichts gebracht. Ah. Schlüsselkater. Aber... ...ich würde das da hinten trotzdem gerne... ...kaputt machen. Da oben muss ich das treffen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Hat auch nicht. Ah, ich muss von der anderen Seite rein. Ich verstehe. Die toxische Gefahr beseitigt. Beseitigt vor allen Dingen. Schwere Dosigkeit aktiviert. Uh. Au. Die können... Die fliegen jetzt. Die fliegen jetzt. Aber so schnell bewegen können die sich jetzt auch wieder nicht. Ja, wo ist der fiese Fister? Wie ist der Bombastik? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ah. Siegt. Ja. Siegt. Mein Freund. Wieso... Wieso giftet das hier oben so rum? Spuckt da hier noch... Ah, hier hast du da. Ein kleiner... Ein kleiner... Ein kleiner Appetithappen. Aha. Hab dich gefunden. Schönen Gruß an den Leviathanen. Toxische Gefahr beseitigt. Ich staunt noch irgendwas, wofür wir das benutzen könnten. Oh lol, das geht. Ja, es wird von herein abgebremst. Nur Widerstand ist halt immer noch vorhanden, ne? Na, wo müssen wir... Na, wo müssen wir... Äh, die... Der explosiven Kanister dürfen wir dann doch nicht wieder vergessen. Ich verstehe nicht, wenn ich nicht... Wenn ich zoome, dass ich mich nicht rollen kann. Zum Aufzug... Wenn ich das richtig verstanden hab. Da rein... So. So. Diesmal kommst du mit. Und du willst und nicht. Hallo. Ich wollte ja nicht fliegen. Und noch links in die Tür. Okay. So, meine Freunde. Ich hab hier ein Geschenk für euch. Schwererlosigkeit deaktiviert. Oh, Mann. Das ist ja Gott sei Dank nicht mehr. Munition. Und Heilung. Ah, Heilung eher weniger. Munition. Hätte ich auch gleich zwei kaufen können. Hätte ich auch gleich zwei kaufen können. Mh, nochmal hab ich ein... Ach, ich hab ein Geldbehälter noch bei mir. Hätte ich auch gleich verkaufen können. Bei 2000... Könnte ich ja wieder zweimal... Bei 12 Schuss besser gesagt kaufen. Ah. Ich hab den großen Cutter immer noch ausgerüstet. Ne, ne, ne. Den... Den... Den kleinen schon. Da wir von dem anderen keine Munition mehr haben. Wird halt ausgetauscht. Speichern. Ah, Kapitel 6. Eine Gefahr für die Umwelt. Oh, wenn wir wohl Doktor Wurster wieder das nächste Mal sehen. Ich freu' mir. Da. Leviathan, wir kommen. Seid gewarnt. Wer auch immer auf mich zukommt... Ich werde dich... Ich werde dir eine, äh... So schockierende Nachricht erzählen. Dass du glatt in die Luft springen könntest davon. Oh, der Scanner ist leider kaputt. Muss ich schon sagen. Warum hat er das gar nicht losgelassen? Ich kann mich nicht mit den Müll. Ich bin jetzt ein. Ich bin jetzt ein. Ich bin jetzt ein.